Willkommen zurück zu einer neuen Folge TRINE 3. Hier in Folge 17 sind wir nun dabei mal wieder ein kleines Minigame zu spielen. Wir haben schon mal reingeguckt, ganz kurz zumindest in den Beschreibungsbildschirm, also der jetzt gerade angezeigt wird. Die Suche nach dem Kuchen, das klingt so als wäre das eine ganze Menge Spaß und ich glaube es geht um Soja, oder? Hatten wir das schon gesehen? Wirklich? Als wir das letzte Mal das angemacht haben, also eben gerade da stand da Tipp, irgendwas mit Soja. Ja genau, hier also Soja kann ihr Seil an Objekten festbinden und einige davon zu sich heranziehen. Macht das nicht mit dem Kuchen. Pontius, am Ende des Abenteuers wartet ein Kuchen auf dich. Hä? Was war das? Sprich lauter. Die Stimme kenne ich von irgendwoher. Kuchen, vorwärts! Das ist das Portal Level. Ich sage euch das. Ein Portal Level? Das ist das Portal Level und der Kuchen ist eine Lüge. Ach nicht schon wieder! Was? Das geht ja gar nicht. Skelette! Kuchen! Oh, sind wir alle Pont- äh, Amadeus? Ne, wir können sein, wie wir wollen. Also ich bin zumindest so, ja? Alles klar, dann bin ich der Ritter. Und es gibt Train-Ecke zu sammeln. Nein! Und wir werden sie alle finden. Gotta catch'em all! Natürlich! Oh, da kann man ja ganz walljummen. Warte mal. Ich mag diesen Grafik-Stil. Was sieht da aus? Ich muss eine Arschbombe in den Brunnen machen, Timo. Oh, da ist das ein Brunnen? Äh, na klar. Okay. Ah, das funktioniert nicht. Gut. Ähm... Ist hier unten noch was gewesen? Ja, also da war eins. Obwohl... Äh, geht da nicht hin. Was hat dich gerade getötet? Ich bin irgendwie in den Abgrund gefallen. Ich hole dich wieder! Komm her, Johann! Joine uns! Yeah! Okay, bin wieder da! Los geht's! Oben geht's! Oh, danke Timo für den Boost! Verdammt, Timo! Jetzt komme ich da nicht mehr hoch! Ach, kein Problem. Sehr gut. Willst du auch hoch? Oder geht's rechts weiter? Ja, geht. Los geht's! Weee! Los! Weiter! Weiter! Alles klar, hier ist der Magier gefragt. Wir brauchen diesen Kuchen. Ah, der bleibt spielen. Perfekt. Aha! Mega-Skill. Okay. Wollen wir dann, äh... Warte mal, links nochmal kurz so gucken? Okay. Was machst du da? Timo! Warte, ich rette dich! Oh, ich gehe zu spät. Oh, also das ist wirklich ein Abgrund auch. Ja. Schade. Na gut. Okay, ähm... Alex? Mach keinen Quatsch, Junge! Oh, hat nur Spaß! Hahaha! Komm ich denn da rüber? Einfach springen! Das war ziemlich knapp. Aber ich glaube, da ist wirklich gar nichts mehr. Timo, geh nochmal kurz zurück. Ich schieb das ein bisschen näher ran. Ach so, ich kann rüber springen, wenn du willst. Ich kann springen. Wie? Du schaffst das? Also... Gut, gut. Wir haben nichts gesagt. Hahaha! Mann, hier beweisen wir mal richtig Skill, im Gegensatz zu den anderen Leveln. Ja, natürlich. Wir haben immer nur Skill bewiesen. Und Anschwung! Bis auf dieses Buchlevel. Stimmt, da haben wir ein bisschen wenig Skill bewiesen. Und, go! Nein, ich wollte auch. Ja, ist egal. Will ich runtergehen? Ne, ne, Quatsch. Schnapp sie dir! Okay. Die Plattform soll mal aufwärts wackeln. Ne, ne, die muss noch. Oh, gute Idee, Timo. Und... Bumm. Oh, ne, das war doof. Das war doof. Tut mir leid, Leute. Mach dir mal. Hahaha! Okay, wir müssen da hoch. Kommt hoch, Leute. Es ist ganz einfach. Ist es das? Wow, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Oh, jetzt komme ich aber nicht. Doch, doch. Okay. Uh. Na! Hahaha! Wieso? Gerade? Nein, nein, ist okay. Ich schaff das irgendwie nicht. Hahaha! Okay, Timo. Lass deine Magie werden. Alles klar. Die Po-Magie. Wiii! Hör auf das. Hahaha! Hahaha! Gleich nochmal. Na, ich glaube das reicht schon. Das musst du noch timen jetzt irgendwie. Ja, genau. Ich kann euch das auch hinhalten, das Ding, ne? Wenn ihr wollt. Wieso verbindest du die Dinger nicht einfach? Ja, das wäre zu einfach. Wow, wow, wow! Oh, geil, ey! Doppelter Übersch... Also du musst dann einfach... Also ich komme da rüber, du musst nur selber irgendwie jetzt zum Beispiel das Timing schaffen. Ja, das schaffe ich dann. Tada, perfekt. Ja, gut. Scheiße! Wieso habe ich so wenig Leben? Ups, oder? Pst! Hier, ich kriegst einen Pfeil. Wieso verbindest du nicht einfach mal die Plattform? Das gehört sich nicht. Timo, muss uns jetzt hier hoch aschen-atapultieren. Okay. Los, Timo! Drei- Warte, ich habe hier mal anportieren, das ist ja wohl... Nicht zu fassen, ey. Ich halte mich hierher. Na... Timo! Ja, warte, ich komme schon. Wunderbar. Dann hau uns mal hoch. Ja, das ist einfach. Ich darf ja die Plattform nicht vergeben. Wunderbar. Huch, oh. Oh, ich habe fast... Alex! Ja, ja, das ist geil. Okay, warte, sonst schiebe ich die mit der Kiste an. Okay. Das müsste, glaube ich, klappen. Ich habe auch meine Kiste festzuhalten. Ja, ich versuch's. Alex, du kommst halt immer wieder raus, oder? Ähm, bestimmt. Wenn die so still steht auf jeden Fall. Okay, ich kann sie nicht anschieben. Okay. Timo. Soll ich das machen? Es hängt an dir. Ja, Arschbombiere uns hoch. Das ist die beste Taktik überhaupt. Im ganzen Spiel. Geht gleich los. Einen noch. Oh, ich bin runter. Egal, ich bin so weit. Komm, das hol's. Egal, ich bin so weit. Machst du, machst du, machst du. Ja, also. Ich helf hier. Timo, stirb bitte hier nicht. Das ist viel zu eng, das... Oh, Mann. Die wir uns singeln uns aber auch nicht. Lass sie mir. Niemals. Okay, das wär's. Okay, das wär's. Kann ich ein paar Haken? Irgendwo. Langweilig. Lass mal weitergehen, das macht hier keinen Schlaf. Aua. Wo's... Ah, ich steh auf dem Schalter, glaub ich. Ja, irgendwo ist es da. Irgendwie kommt das Ding runter. Okay. Ihr macht was damit, ne? Gern geschehen. Will da rauf. Man kann doch nicht rauf. Ja, die Tür ist sowieso auf. Okay. Irgendwas ist passiert, sonst... Oh, wir sind... ...noch in einem Buch. Sind wir noch? Okay. Ich liebe es, in einem Buch zu sein. Macht nichts. Oh, Mann. Hör auf, da rumzuschwingen, sonst kann ich die Kiste nicht bewegen. Das macht nichts. Vielleicht ist er wieder tot. Ich werd dich gleich zwischen den beiden zerquetschen. Noch 30 Sekunden. Was soll ich das? Oder so. Sehr schön. Oh, ich glaub das ist zu weit. Ich glaub das reicht nicht. Nee, das reicht auch nicht. Du gehst vor. Oh, bouncy! Bouncy! Ich muss runter, ne? Hm, wie runter? Dann kann Timo besser bouncen. Ja, bounce mal los Timo. Wohin denn? Naja, stimmt. Ich glaub die Möglichkeiten sind beglänzt. Ja, das stimmt. Und ich bin ganz... Ach klar. Ihr kriegt mich nicht. Geht erstmal weiter. Geh hoch Timo. Ich kann da rüberschweben. Ja, gut. Schwimm mal rüber. Guck mal, ich kann in der Luft laufen. Das kannst du. Moonwalk! Okay. Nice. So. Danke Timo! Was ist das? Hier, fress diese Brücke. Oh, sind die Gegner? Ne, Feuerkugeln. Nice. Du musst nur schieben. Schieb. Fall nicht runter. Timo packt das. Ja, mach das. Okay. Dann bauen es einmal und dann springt er einfach rüber. Ja, das ist so. Okay. Warte, das ist so für dich. Ja, oder so. Danke. Und so wurde Soja doch noch zu etwas Nutze. Sie bekam den Spitzen am Hodor. Gut, hier kann man safe stehen. Ja, stimmt. Hab ich mir umsonst Sorgen gemacht. So. Das war nicht clever. Das ist auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Timo geht als erster hoch. Wohin wollt ihr denn? Nach oben. Na, das machen wir erstmal so. Gott. Achtung. Oh oh. Nicht so gut, ne? Irgendwie nicht so ganz. Ja, ne. Das wird ein bisschen knifflig. Aber ich versuch mal meine Kiste da zwischen. Dann kann ich mich dann nur an diese Kiste haken. Hey, hör auf damit! Lass sie doch da stehen. Ja, da. Ja? Wie? Oh, okay. Ich wollte die eigentlich hier erstmal halten. Wieso kann ich mich nicht an den Falken oben haken? Meiner ist das. Okay. Danke, Timo. Danke, William. Die ganze Arschbomben, wenn du willst, glaube ich. Ja, wahrscheinlich schon. Warte ich mal. So. Uh, perfekt. Okay. Okay, man kann von da hier rüber. Und von hier kann man dann... Tabar! Whee! Look mom, no hands! Timo, komm rüber! Nice! Haben wir alle 50? Dann kann man auch... Äh... Wir sind bei 13. Na gut. Ist hier was drunter? Kann sein. Nein. Upsi. Geht nicht da runter. Nein! Wieso treffe ich dich nicht? Komm her! Okay. Hier sind auch noch Feuerkugeln, die auf uns zukommen. Ja. Damit kann man die Gegner abschießen. Lass mich mal. Das wird lustig. Aha. Was machst du? Ach so, okay. Wo sind die Gegner? Das war's, ja. Oh, was soll der... Welcher Schalter? Welcher Schalter? Ah, ah! Kann man da, weiß ich nicht, eine Arschbaume machen oder eine Feuerkugel rauf oder sowas? Es kann sein, dass das Ding die Feuerkugeln aktiviert hat. Also ich kann auf jeden Fall keine Kiste drauf werden. Ja, dann lass mal den Profi das machen. Ich glaube, das ist schon alles aktiviert. Ja, ist aktiviert gewesen schon. Na gut, wir haben ja auch schon 14 Tryneckel. Yay! Das kann ja nur... Vielleicht doch kein Minispiel. Wir brauchen übrigens 49 von den 50, damit wir das nächste Hauptlevel frei halten können. Wenn wir kein weiteres Bonus-Minilevel machen wollen. Wir sterben. Naja, fast. Ich glaube, wir sind einfach zu schwer noch. Naja, Timo regelt das. Nein, das war nicht gut. Verdammt, nochmal! Ich schaffe es! Okay, jetzt mach! Es geht ein bisschen besser, ne? Ja, wir halten das halt immer auf, wenn wir drauf landen. Was zum Teufel! Okay! Also theoretisch kann man dann da rüberspringen. Ah! Du bleibst dich an der Kiste fest. Nochmal! Soll ich nochmal machen und ihr springt dann rüber? Ja, mach das! Machen wir mal! Das war's! Hm, vielleicht einer nach dem anderen, wenn nur zwei drauf sind? Ja! Okay, erstmal ich und los geht's! Okay! Okay! Nice! Merci! Mach ich nochmal! Mal sehen! Lass sie mir! Niemals! Schnapp sie dir! Schnapp sie dir! Nee! Nee, ist zu kurz! Gut, das wär's! Pause machen? Ja! Ich hab nicht auf die Ohr geguckt, aber es fühlt sich an, als können wir Pause machen. Ja, machen wir eine kleine Pause und dann suchen wir weiter vergeblich nach dem Kuchen. Alles klar bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis dann! Tschüss!